Passend dazu hat dieser Tage auch das sogenannte Herbsten, sprich die Weinlese, begonnen. Die Früchte der Arbeit der vergangenen Monate einzufahren, allein das ist hart genug. Aber obendrauf müssen Winzer mit einer Menge Unwägbarkeiten und Herausforderungen klarkommen, die abseits der Rebstöcke liegen. Und weil die existenzbedrohend sein können, gärt es in der Branche. Fabian Siegel. Die Hauptweinlese läuft beim Weingut Heitle im Remstal bei Stuttgart. Auch wenn Spätfrost und der viele Regen dieses Jahr jede Menge Trauben gekostet haben, so schlecht sind die Aussichten gar nicht. Von der Qualität bin ich eigentlich zufrieden. Und ich glaube, dass das ganz positiv wird, weil anders als die letzten Jahre, wo wir viel Probleme mit Trockenstress hatten, dieses Jahr auf jeden Fall genügend Wasser da ist. Doch trotz der häufig nach außen beworbenen Weinberg-Romantik vielen deutschen Weingütern geht es nicht gut. Einige in der Branche erwarten sogar ein regelrechtes Weingutsterben. Bei manchen Winzern könnte es nach der diesjährigen Ernte nicht weitergehen. Hier ist es schon soweit, der Sonnenhof bei Feingen an der Enz. Die Technik ist noch da, doch Wein wird hier wohl nie wieder produziert. Denn Martin Fischers Weingut ist insolvent. Also es ist der erste Herbst in meinem Leben, wo ich nicht mit der Weinlese befasst bin. Normalerweise wäre jetzt hier schon der erste Gärgeruch, das wären die ersten Gärgase im Keller. Es würde nach Beeren riechen. Fischers Weine wurden regelmäßig ausgezeichnet. Das Weingut galt als eines der Besten in Baden-Württemberg. Doch irgendwann erdrückte ihn der Schuldenberg. Ich schiebe es schon auf die Corona-Krise. Geschlossene Gastronomien, keine Festivitäten. Da ist einfach viel weniger Absatz gewesen. Und wir konnten ja keine Kurzarbeit machen. Denn die Pflanzen hätten ja trotzdem gepflegt werden müssen. Energiekrise und Inflation hätten die Kosten noch weiter in die Höhe getrieben. Gleichzeitig, das zeigen auch aktuelle Statistiken, trinken die Deutschen immer weniger Alkohol. Und wenn, dann viel zu selten den heimischen Wein. Das treffe viele. Das höre ich auch in der Branche, dass es sicherlich noch deutlich mehr Betriebsaufgaben, ob es jetzt direkt eine Insolvenz ist oder einfach eine Betriebsaufgabe, geben wird in Zukunft. Moritz Heitle sieht in der schwierigen Zeit eine Chance. Auch weil viele Probleme hausgemacht seien. In der Region, wie in vielen deutschen Weingegenden, habe man jahrzehntelang zu viele verschiedene Sorten angebaut. Um für jeden Geschmack etwas anbieten zu können. Gegenüber der Konkurrenz aus Spanien oder Italien fehlten Alleinstellungsmerkmale. Viele machen alles und sie machen das sehr gut. So wie ein guter Hochzeits-DJ halt auch jedes Genre spielt. Aber für den Liebhaber, für den Musikliebhaber, ist es dann halt ein bisschen zu beliebig vielleicht und geht zu wenig ins Detail. Er will sich künftig deshalb auf das konzentrieren, was er am besten kann. Riesling beim Weißen, Lemberger beim Roten. Zurückbesinnung auf heimische Sorten für ein stärkeres Profil auf dem nationalen und internationalen Markt.